Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop Video von mir. Ich war wieder kreativ unterwegs und habe dieses Photoshop Composing erstellt. Ich werde dir komplett zeigen, wie ich dieses Bild zusammen gebastelt habe. Deswegen bleib bis zum Ende vom Video dran. Und wenn dir das Video gefällt, dann hinterlass doch ein Like oder abonnier den Kanal. Das würde mir auf jeden Fall helfen und du würdest kein Video mehr verpassen. Also, dann wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.